Michael Wendler prallt mit Rekordzahlen, Konzertveranstalter klingt dazu ganz anders. Der Schlagersänger prallte mit der Rekordzahl an verkauften Tickets für sein Konzert in Oberhausen. Michael Wendler plant eine Rückkehr auf die Bühne. Schlagersänger Michael Wendler will nach drei Jahren Konzertabstinenz wieder auf die Bühne zurückkehren. Die Veranstalter sehen die Sache etwas gelassener. Laut Schlager.de wird der Wendler neben Auftritten in kleineren Veranstaltungsorten in Österreich und der Schweiz. Die wegen Unannehmlichkeiten für einige Fans bereits abgesagt wurden, nächstes Jahr ein großes Konzert in der Rudolf-Weber-Arena in Deutschland spielen planen auch ein Konzert. In Oberhausen Der Ticketverkauf geht weiter, der Wendler feiert Rekordzahlen, aber Michael Wendler übertreibt wohl maßlos. Wenn er sagt, er feiere den Kartenververkauf für die Rückkehr des Königs. Schlagersänger Michael Wendler schrieb am 24. März in Großbuchstaben auf Facebook, Arena-Veranstalter haben Rekordzahlen gemeldet. Leser können herausfinden, ob es eine Karte war. In einem anderen Beitrag vom fünften Mann kann nicht aufhalten, was passieren wird. April hieß es, dass sie innerhalb der ersten Woche verkaufen konnten, wir haben in nur einer Woche weit über 2000 Karten verkauft. Konzertkarten verkaufen sich wie warme Semmeln. Fuhr Wendler fort und fügte hinzu, dass nicht nur er, sondern auch Veranstalter Thomas Hoffmeister zufrieden seien. Was sind die Rekordzahlen von Michael Wendler? Die Organisatoren sind ruhiger. In einem Video, das Wendler auch auf Facebook teilte, schätzten die Veranstalter die Situation ein, wir konnten fast 2000 Tickets ergattern. Der Innenraum der Arena war sehr gut gefüllt. Das klingt etwas vorsichtiger, ist aber realistischer. Wenn man die Verkaufszahlen äußerst erfolgreicher Schlagermarken berücksichtigt Laut einer Studie der Fachzeitschrift Schlager.de verkaufte Helen Fischer beispielsweise in den 24 Stunden vor ihrem Open-Air-Konzertrausch 2021 100.000 Tickets. In einer anderen Liga war auch der Vorverkauf von Roland Kaisers Dresdner Geiselmania 2024 am 8. November 2023. Nur wenige Minuten später gaben die Veranstalter bekannt, dass alle 50.000 Tickets für das Konzert verkauft seien.